Haben wir geschafft. Den Tagieren. So, bring mich hier raus, schnell! Ah, Karna, da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Hallo. Ist das, ist das der Mörder? Oh, ich mein Junge, Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Tor, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Oh, cool. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Die stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ja, okay. Achso, ich muss jetzt dahin gehen. Okay, optional. Nicht mehr auf drei bringen lassen. Okay. Sie sind jetzt inkognito. Uhuhu, keiner kennt mich. Gut. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein, deshalb lernt du erst mal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Okay. Wo muss ich jetzt hin, um in einen Tunnel zu kommen? Sag mir das doch. Hier? Aha. Nein. Kann ich jetzt gerade nicht. Okay, da ist alles verbarrikadiert. Gut, das heißt, ich muss irgendwie einen Tunneleingang finden. Der hat mir jetzt gerade Angst gemacht. So. Schnellreise nicht verfügbar. Ich würde gerne markieren. Ah. Aber ich gucke schon in die richtige Richtung zumindest. Oder? Bin ich hier richtig oder falsch? In die andere Richtung. So. Tunnelsysteme finden. Super. Ja, ich bin super. Tunnel, Tunnels, Tunnels. Tunnels, Tunnels, Tunnels. Super, dass das hier so gut beschrieben wird So, Vision von einer Frau Der ersten Zivilisation, ja Sammel zum Green Dragon Taverne eskortieren Wie mache ich das denn? Soll ich da jetzt einfach so hingehen? Nee, ist falsch Ich denke, es ist falsch Okay Super Komm nicht zu nah Okay, wir müssen da rein Irgendwie da hin Wir haben hier zwei, die das bewachen Okay Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich versuche So Und jetzt Hier hinten hingehen So Komm her Okay Immerhin etwas Hätte ja sein können, dass wir vielleicht oben herumklettern sollten Und ihn an den drinnen treffen Ich glaube, das war so richtig gemeint Er folgt uns hier auf dem Boden Und er wird ja nicht verfolgt Ich sehe momentan gar nichts Ah, Licht Ja Zünde die Lampen mit einer Laterne an, Connor Sie zeigen uns den Seelz Sollten wir umkehren müssen Und weshalb bauten sie diese Tunnel? Ah, viele Lampen sind schon angezogen Und wir müssen uns weitergehen Okay Ah Feuer anzünden So Gut Der gibt uns schon mal Tipps Gut, gut Du hattest recht Ich entschuldige mich für meine Zweifel Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist Teufel Ich schätze, Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire Halt mal fest So Okay, okay, okay Wie war das aber zuerst mit dem linken? Den Kreis drehen Nee, so Gut gemacht Der Drucker ist nicht weit Wir sehen uns dort Yay Ah, das war eine Mission? Ja gut, da konnte meine, glaube ich, nichts falsch machen Ich habe auch endlich das Schlösserknacken verstanden Es ist einfach das Batman, Arkham Asylum City Prinzip Nur, dass man noch die rechte Schultertaste dann draufhämmen muss Ich frage mich, wie das auf der Tastatur ist Linke Maustaste gedrückt halten Oder irgendwie in einer gewissen Position haben Plus irgendwie noch W, A, S, D In einer gewissen Position drücken Okay Ich muss nach da hinten gehen Oh, da konnte ich klettern Okay Okay Wait Stop Die Also Das Das Ist Was Okay. Nicht Bekanntheitsgrad über drei steigen lassen. Den Typen kenne ich doch. Ah, jetzt ist sozusagen ein Tutorial, wie wenn wir bekannt sind, irgendwie alles runter machen. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wie er wieder Lügen mitnimmt? Gedruckte Worte. Oh. Hier wären wir. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Wow, was war dieser unbekannte Person, die da zwischengegangen ist? Mission beendet. Gut. Oh, der Hafenmeister sprechen ist da hinten. Oh, nur einen Moment. Was haben wir denn da? Ah, okay. Gut, 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 gut. Guten Tag. Ich möchte gerne mal nach Hause. Davenport-Saison, genau. Ja, bitte. So. Klick, 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 klick. Oh, eine Scherbe, die uns widerspiegelt. Yes. Weshalb setzt du mich genau auf der anderen Seite ab? Hallo? Äh. Ne, war schon so okay. Darf ich aber wieder hier herumlaufen? Ach ja. Was war das denn für ein Geräusch? Ist das eine Warnung gewesen? Vorsicht, Löwe. So, aber gut, dass wir jetzt schon am Haus sind. So gut wie. Hopp. Ich glaube, bis ich die Astazin-Verkleadung habe, dann werde ich die ganzen Nebenquests und sowas alles machen. Ich denke, das ist dann okay, dann werde ich nicht so schnell erkannt. Doch, der Schnee ist tief. Oh, was willst du denn? Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant, wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Die versteckte Klinge. Du wach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Amen. 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 Vielen Dank.